Wer im Baumhaus sitzt, soll nicht mit Bibern schmeißen. Wir haben alle den ersten Schlag gesehen. Da ist unglaublich viel Platz im Vergleich zu Hardenberg, in der Mitte. Das sind die 10 Zentimeter, die so... Das sind mehr als 10 Zentimeter. Wo warst du in der Schule? Das sind 10 Zentimeter. Nein, warst schon. Warst du mal in der Schule? Nope. Das ist das dritte Mal hintereinander vor den scheiß Pin. Den musst du erst mal treffen. Ja. Das ist eine Kackbahn. Brauchen wir was, was Rücklauf kann. Du kannst gerade mit Rücklauf, du kannst aber einfach nur zentrieren. Nein, sowas machen wir nicht. Da, wo man nicht zentrieren muss, zentrieren wir nicht. Wir nehmen immer die Schläge, die mehr Talent erfordern. Zentrieren ist ein Träumchen. Ich weiß nicht, du sprach der Betonbolzer. Was hat denn Rücklauf, wenn gerade durch? Ein Zentrierball. Was hat, wenn gerade durch? Da sind wir beim... Atos? Atos. Nee, Mike ist schnell. Atos oder Schnitzel 15. Schnitzel ist doch viel langsamer. Ja, aber in dem Bereich würde ich irgendwo gehen. Ja, Schnitzel könnte schon eng werden. Atos, Klassik 2 bis 3. Ja, ist aber kein Klassiker hier. Und der hier. Die drei, probier mal. Probier. Okay, von wo? Wie fällt die denn? Ich zentriere immer. Du machst mich fertig. Gut. Wir testen, wohin fällst du? Nach rechts. Da nach rechts. Und hinten? Auch nach rechts. Also hochlegen. Hochlegen. Tief rein spielen. Okay. Oberstes Loch. Oberstes Loch. Hau ein Mediamada. Und langsam genug. Das war nicht links genug. Du zentrierst einfach. Das finde ich verrückt. Finde ich das. Mehr nach rechts. Mehr nach links. Deutlicher nach links. Schön. Alter, Ingo. Ja, kann man machen. Und dann zentrierst du? Der war zu feste. Ein bisschen Spaß muss sein. Ach so, zentrieren ist für dich Spaß? Langsamer? Noch langsamer. Okay. Probier den einfach mal. Der Ball ist doch zu schnell. oder? Der kommt niemals hinten an. Doch. Klar. Aber da reicht doch nicht. Okay. Ey, die kippt da hinten im Endkreis extrem nach rechts. Das macht den Rücklauf gar nicht so leicht. Weil man ja so... Aber wenn er hier an der rechten Lochseite vorbeikommt, kann er mit Schwung halt wieder hoch. Ja, ja. Aber ich muss für gerade durch... Für die Gradeschläger. Für gerade durch muss ich halt sehr langsam spielen. Damit er die Kurve da hinten kriegt, weißt du? So. Mach mal Rücklauf. Zeig mal. Gerade so. Gerade so. Einmal reiben, dann läuft der. Ja, stimmt schon. Ich probiere mal die Kuh. Die bandet halt ein bisschen mehr. Zu leicht. Ich finde die schweren Bälle schon angenehmer da. Ja, ja. Der ist ja auch schwerer als die leichten. Das ist richtig. Aber grundsätzlich spiele ich auch Stäbe-Hardenberg, Töter-Hardenberg. Alles, was so extreme Spuren und Gefälle hat, spiele ich lieber schwere Bälle. So. Lochhand-Reißer und weg. Nee. Okay. Herzen. Nach ganz oben hast du gelegt? Ja, oberster Lochhand. Was hast du da jetzt? Ich spiele mal einen Heschel. Und der ist sehr schnell. Ja. Nein, du musst viel langsamer spielen. Ich spiele ja nie gerade. Streichel den. Wie? Ja, streichel der Karin mal schön über den Po. Was? Ja. Ist wie es ist. Du musst schon. Setz mal an. Du musst schon so ein Stück zumachen. Das ist viel. Nein. Das ist viel. Nein. Okay. Das ist das, ne? Ich hätte meinen Stimmt einberechnet. Mit der alten Leute. Beratungsresistent. Mehr zu als gerade. Bitte. Schon eher. Auch nicht. Doch. Er kommt. Er zieht schön aufs Loch. Vorlauf. Und den würde ich auch gerne einmal spielen. Und der würde schön auf Rücklauf gehen. Kannst du sogar kullern, wie der willst. Sehr leicht. Rechts vorbei. Zeig mir Rücklauf. Guck mal. Wunderbar. Sauber, ne? Ja. Kontrastprogramm. Zeig mir Rücklauf. Zu schnell. Zu schnell für Rücklauf. Also, bleiben wir bei dem Härten. Okay, Brücke. Was brauchen wir hier? Brücke. Was für Brücke? Was für eine Brücke? Was hast du da in der Hand? Ich habe hier was Schönes. Ein Schnitzel 25 Rohling. Ah, kriege ich den zurück? Das ist meiner. Ja, und wo ist meiner? Im Lager noch. Dann müssen wir gleich nochmal da halten. So. Doppelwelle. Schnitzel 25 Rohling aus dem Starter-Set. Zeig mir. Genau. Ne, ich habe dir nichts gezeigt. Ne. Tatsächlich nicht. Boah, gegen die Sonne. Das war fies. Ja. Muss man sehr genau spielen, oder? Recht genau, ja. Genau oben? Oben mittig und... Kennst du mich ja, ne? Ein bisschen Schnitt. Wenn ich die Wahl habe, zu schneiden, dann probiere ich einen Ball, mit dem ich schneiden kann. Oh, 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 der war viel zu spät. Ein Hauch. Aber meinst du, der könnte vom Tempo passen für den Mitschnitt? Ich spiele hier immer Rohlinger. Mit den lackierten... Er klappt nicht ganz. Wäre ja auch, wenn du über die Seite spielst, wäre ja auch der Schnitt, den du nicht kannst. Genau. Zu früh. Und Überschnitt. Was für ein... Weil zu früh und feste. Das wirkte auch sehr feste. Wolltest du das so? Das ist nicht schlimm, aber der Schnitt war zu stark. Wieder so spät. Ich muss den erstmal einmal da oben vernünftig hinkriegen. Das hätte was, ja. Der sah schön aus. Der nimmt zu viel Schnitt an, jetzt gerade. Ich übertreibe es immer, ne? Du spielst ja nicht den Schnitt. Du könntest jetzt bewusst ein bisschen gegensteuern mit deinem Zielschnitt. Ich könnte einfach mal einen normalen Zielschnitt spielen. Also, du musst ja ganz extrem zumachen. Ich geb dir mal weniger mit. Ja, spiel mal langsamer. Der sah schön aus. Dann hat er es auch. Dann hat er es auch. Ja, der war schön. Ein Hauch von Schnitt reicht. Mal nicht bolzen, ne? Mr. Beton. Dann geht das. Also, wir wissen schon mal, Schnitze 25, Rohling. Super Ball dafür. Ich krieg ihn nicht da hin. Wo willst du hin? Ich will oben hin. Ich bin dumm gerade. Ich verstehe nicht, warum ich nicht da oben gegenkomme. Das macht gerade absolut keinen Sinn. Nicht dein Tag. Guck mal, wie... Wirklich nicht mein Tag. Guck mal, wie zu ich den Schläger hab. Ja. Kannst du viel tiefer legen. Von wo spielst du? Ich nehme den hinteren jetzt. Den hinteren. Ja. Wunderbar. Geht auch. Ja? Okay. Dann war es der Ablegepunkt. Das war nicht meine Schuld. Siehst du? Ja. Natürlich nie. Wie auch? Wow. Der lag an mir. Okay. Schön. 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 Schon zu viel Schnitt. Ey, der braucht ganz wenig Schnitt. Ja, jetzt sag ich ja. Wunderbar. Jetzt. Ja. Mehr mit Gefühl. Also der Rohling mit Gefühl, super. Und der jetzt auch weniger. Notfalls einen höher legen nochmal. So ein halbes Loch. Ja. Okay. Ja, guter Call eigentlich. Ja, besser. Besser. Läuft. Ein Loch höher, dann kann man den ganz gemütlich da oben dran spielen. Wenig Schnitt. Schön. Sicheres Ass. Schön. Mitnehmen weiter. Die Dorothea Preuss. Zu spät, zu feste. Passt. So. Auch das geht. Dann verzeiht er ein bisschen. Mit dem... Das halbe Loch höher da, das ist gut. Das ist keine Art Loch, Mann. Ne. Okay. Mittelhügel. Klassik 5. Oder Meierspeck. Was man halt lieber mag. Ich spiel Klassik 5 wirklich gerne, muss ich sagen. Mitte, gerade. Weißes Loch, weißer Lochrand? Ja, mach mal. Ganz gerade? Exakt gerade und langsam. Langsamer, als du jeden Mittelhügel gewohnt bist. Okay. Weil der so flach ist. Weil der auch die Schwung mit aufnimmt. Der wäre schon fast wieder raus. Der wäre schon fast wieder raus. Krass. Und der war nicht schnell. Oh, da tun sich manche Profis aber bestimmt weh, oder? Hier können Fehler passieren, ja. Ist das wirklich nur ein Kullern? Ja, ganz leicht. Okay. Einfach nur Kullern lassen. Ja. So viel Kraft wie bei einem Pött aus einem Meter. Maximal. Mehr ist es nicht. So, du einmal für die Kamera. Nimm den weißen Lochrandverstärker. Ganz langsam. Gerade langsam. Wolltest du mir gerade mal ein anderes Gag machen? Ja, ja. Sehr schön. Das passiert nämlich, wenn... Oh, verdammt. Yeah. Das hat mein Gag versaut. Weil ich zu gut war? Ja, quasi. Okay. Der war zu gefühlvoll gespielt, ja. Ist die hinten auch ganz gerade? Der hinten geht bergauf. Also du musst sie so langsam spielen, weil sie von vorne bis zur Mitte, sag mal, drei, vier Zentimeter an Höhe verliert. Okay. Nee, weil ich... Die Kullert halt weg. Ja. Nee, weil ich hab gerade gedacht... Von hinten musst du halt wieder bergauf spielen. Ja. So ein Turbo mal eben gerade übers Loch spielen. Ja. Ach, du Sauhund. Ein Turbo gerade übers Loch spielen und von hinten reinlassen. Warte. Na hier. Peter Bittner. Der muss halt übers Loch gehen, ne? Komm. Das hat er fast. Schade. Ist einer, der schneller ist hier drin? Ich glaube, die Turbo-Elfe. Turbo-Elfe. Lass mal höpfen. Ja. Ja, ja, ja. Nee. Wird alles unter Heizfehler abgebucht. Ja, ja. Okay, lassen wir den Scheiß. Gehen wir weiter. Sicher Klassik 5 oder Klassik 3 lieber, weil weniger hüpft? Meierspeck würde ich mal versuchen. Meierspeck. Warum nicht? Kennen wir heute so selten. Stimmt. Hier, du nimmst Klassik 5, du hast Klassik 5 gesagt. Und ich nehme Meierspeck. Ja, sonst gibst du mir einen 2-3er. Nehmen wir mal einen 2-3er, den ist Meierspeck. Ich wette, Meierspeck ist besser. Mitte gerade? Ich bin nicht recht dran. Oh, warum? Ja, guck mal hier. Genau, sobald du links der Mitte kommst, da ist alles okay. Hier ist es flacher. Genau. Und sobald du links der Mitte kommst, überläuft er halt extrem gerne. Hier ist es höher. Okay, wir wollen nach rechts. Ja, macht Sinn. Und oben ankommen. Der ist natürlich aber auch wirklich steil. Ein wenig, ja. Was sagst du? Schwieriger Teller im Vergleich jetzt so zu... Ich kenne halt Hardenberg, ne? Nicht. Hardenberg, Halver. Du musst halt nur das Tempo treffen. Ungewohnter Ball, er, zweiter Schlag und läuft. Mach ich First Try? Wetten in den Chat. Zu Feste. Ja, so sehr bremst er jetzt auch nicht. In Halver hätte... Oh Gott. In Halver hätte er gepasst. In der Halle. Ja, ja. Die ist ja auch 40 Meter lang. Ja. Ich mach mal meinen normalen Tellerschlag. Das ist zu wenig. Gib mir mal Dings doch, bitte. Klassik Dings. Klassik Dings. Wunderbar. Und das war mit halbem Arsch, weil ich den Ball retten wollte, den Klassik 2 bis 3, dass er nicht auffliehen. Da oben sogar noch nichts drauf gekommen. Also, alles gut. Oh, der war gefühlvoll. Der hätte jetzt auch ein Turbo spielen können. Ja. Wollt ihr? Müssen gehen raus, dann stöpst du. Ne, das ist mal. Okay, ja. Also, Teller. Ist gut zu spielen, du musst nur das Tempo treffen. Gut. Radkappen. Schnitzel. Schnitzel, Eriksson. Eriksson, sehr tot, ne? Wenn du eine Alternative im Dings-Tempo haben willst, kannst du auch den hier. Ne, der ist zu langsam. Wir versuchen mal ein Schnitzel. Über beide drüber? Jo. Oh, so, ich wollte schon sagen. Ja, sah nicht gut aus. Ich glaube, das war nicht geplant. Von wo? Ich spiele hier aus dem N. Und dann halt leichter nach rechts als gerade. Aber schon einen Tacken nach rechts. Den hier weniger nach rechts als das, was ich normalerweise spiele. Ja. Soll eng am Loch dann vorbei und rücklaufen? Soll eng am Loch. Also, Tempo sieht gut aus. Tempo sieht gut aus. Jetzt muss man für den Ball halten und den Winkel senden. Ja. Tacken mehr nach rechts noch, als du gerade getan hast. Vielleicht Richtung E, R legen. Ja, okay. Ich nehme mal den. Einen Tacken mehr nach rechts. Ne. Ich lege höher. Selber Schlag. Besser? Dann passt das schon. Sieht gut aus. Voll drüber. Was für eine Ballkenntnis. Was für eine Ballkenntnis. Als hättest du sie gemacht. Ja, Wahnsinn. Ich bin begeistert von hier. Aber ja, aus dem E noch leicht rechts denken. Nicht zu feste. Siehst du? Und locker drin. Geht so von außen wie ein Harnberg geht nicht? Ich habe meinen MGB-6 jetzt nicht dabei. Ne, mit dem MGB-6 läuft das nicht. Mit dem läuft das auch sehr schön. Macht es mal. Ich dachte, es wäre der hier. Let him cook. Let him cook now. Ne. Ein Stück mehr hochlegen. Komm her, du Sau. Stimmt den Ball nicht so. Stimmt, hat er nicht verdient. So wie er an der Brücke gelaufen ist. Ja. Noch höher. Noch ein hoch. Aber ist doch auch geil für die Leute. Die sehen so. Oh. Die kennen ja den Schlag aus Harnberg. Ihr kennt ja den Schlag aus Harnberg. Ich will rechts am Loch vorbei. Das heißt, wenn er nicht genug von der Bande wegkommt, dann halt einen knackigereren Winkel. Vielleicht noch einen Tacken fester. Tacken früher spielen oder so. Ja. Tacken früher. Stimmt, geht auch. Schöne Sache, Harry. Oh, Überschnitt. Hart, ne? Ja, ist aber halt auch roh, ne? Oh, macht er was? Macht er was? Ne. Dann noch einmal für die Optik. Nicht zu feste. Der war zu langsam. Ne, du sollst so langsam. Jetzt bleibt er liegen. Heizfehler. Heizfehler. Eindeutig. Eindeutig. Was machst du jetzt? Einmal reiben. Einmal ein bisschen Druck drauf auf die Lunte. Ist aber jetzt auch gerade in den letzten zwei Minuten tatsächlich echt abgekühlt, wenn die Sonne weg ist, ne? Eine Wolke dazwischen schon läuft aber nicht mehr. Wunderbar. Das war der Riss. Das war jetzt der Riss. Oh Mann. Komm, ich brauch den nur einmal. Reib mal noch ein bisschen hoch. Ich reib mal. Habst du immer ein T-Shirt oder? Aber so zwischen den Händen. Wie zu Weihnachten die Teig rollen, weißt du? Ja. Zu leicht. Ihhh. Ach Mann. Das ganze Heizen wieder umsonst. Aber die Sonne kommt wieder. Jetzt läuft er wieder. Ja, guck mal. Genau im Rücklauf ist Sonne. Wieder zu leicht. Ne? Passt. Muss nicht. Passt. Jetzt ist es zu schnell. Ne? Jetzt reicht er. Guck mal. Also, ein bisschen rein. Das waren die letzten Reiber. Also, wir sind am Rohr angekommen. Genau. Mitte, Mitte gerade. Es geht ein wenig bergauf. Ein bisschen mehr Tempo als vielleicht gewohnt. Okay. Aber nicht übertreiben. Okay. Wir nehmen komischerweise den Röhrchen bei aus dem Starter-Set. Ganz verrückt. Ich bin sehr überrascht. Ganz gerade, ja? Ganz gerade. Das war nicht ganz gerade. Ja. Das war nicht ganz gerade. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Einfach, ne? Tatsächlich ein einfaches Röhrchen. Also, im Vergleich zu Hardenberg ist das ein Witz. Hardenberg, viel kleineres Rohr. Ja, das geht gar nicht. Und Achterauswurf. Das ist noch frecher. Aber am Auswurf kann man ja was korrigieren, ne? Ja. Könnte man. Könnte man. Wie der geschluckt hat. Der kommt. Der war fast in der Ballbreite daneben. Und wir hat sie durch. Hör mal. Ja, das ist schön. Ich glaube, der war alles gut. Aber ich genieße den Auswurf gerade. Das sah jetzt bei mir und bei dir sehr gerade aus. Und nicht so. Hardenberg ist gemein, wenn der die so schräg da rauswirft. Das ist fies. Schön gespielt. Greift er von... Da hast du rechts oder links daneben? Rechts greift er besser. Rechts greift er besser. Dann konzentrieren wir uns da drauf, dass wir auf keinen Fall nach links spielen. Dann sind wir nämlich auch gerade... Guck mal, wie schön der rauskommt und wie schön der drüber hüpft. Ja. Guter Ball. Okay. Geh mal eine Schleife. Also ich persönlich versuche einfach mal den Schnitzel 25 als Rohling. Okay. Und schneide den da mal schön durch. Ja, gut. Da kommt dir dein Zielschnitt natürlich entgegen. Oh, er läuft sehr schön durch, obwohl es Rohling ist. Wow. Okay. Also Rohling durch die Schleife spielen ist halt jetzt nichts für jedermann. Aber... Von wo hast du? Ich bin so auf E gegangen. So hoch? Ja. Okay. Okay. Wunderbar. 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 Das Tempo muss stimmen, dann hast du den Schnitt von alleine. Würde auch ein Lackball gehen? Wird auch gehen, ja. Aber da scheiden sich nicht wieder die Geister. Wir probieren mal. Ku, ko, kö, kau. Alles. Welche Sprachen sind das alles? Wichtig war, dass das Schwedisch mit drin ist. So, dem ein bisschen mehr Schnitt. Wenn man den noch sauber einspielt, dann hat der vielleicht einen Schnitt. Ich glaube, wenn ich den sauber eingespielt hätte, dann hätte er eine größere Chance. Ja. Aber der Schnitt zu 25. Aber auch hier wieder, ne? Wir haben jetzt die Bittner-Kuh hier. Das ist halt die mit knapp über 20 Zentimeter. Ja. Es gibt noch weitere Kühe, die langsamer sind. Hier wird man wahrscheinlich auf eine 13 bis 15 Zentimeter schnelle Kuh gehen. Guck mal. Ich bin ein Ton-Spieler, habe ich gehört. Ach so. Dann mache ich das nicht. Also der Schnitzel-Rohling, der läuft wunderbar da durch. Bevor du den gespielt hast, hätte ich gedacht, dass der viel mehr in dieser Plastikschnecke, da in der Plastikschleife klebt, ne? Ja, schön dickes Material. Man kann halt gute Plastikschnecken holen oder Kack-Plastikschnecken. Auch schön gespielt. Richtig schön. Extra-Schnitt. Aber der läuft besser hier. Der läuft besser. Auf jeden Fall hier. Mein Favorit ist es. Nicht schön gespielt. Verzeiht er aber, weil es ein Rohling ist. Ja. Scheißegal. Ja. Okay, Schnitzel-Rohling. Brauchen wir den am Winkel? Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir hier einen Rohrball gespielt haben. Ja, das war vor dem Jahr. Wir haben jetzt neue Platten gelegt. Okay. Und hier ist alles anders. Rohrball geht auch noch, aber inzwischen brauchen wir einen Rohling, um weiter genug aus der Bande zu gehen. Also den Rohrball als Rohling wäre hier auch eine Variante. Rohrball als Rohling. Dann den D83 ein Versuchwert? Ja, den immer. Okay. Links vorbei? Geplant? Ja. Echt? Ja, ein Ticken später und dann passt der. Den hättest du höher legen können, sag ich. Ja. Klassischer Dreierbandschlag aber, ja? Ja. Aber nicht mehr so früh wie ich, sondern wirklich auf den Stoß. Versuch mal. Wie? Meinst du? Also auf den Plattenstoß. Ach so. Da hinten. Das war exakt drauf. Würde ich so sehen, ne? Links vorbei, geplant. Zack schon. Guck mal. Sag mir, wo ich hinspielen soll. Spiele ich hin, habe ich nass. Ja. Ja. Der kennt seine Bahn. Hier soll es hier hin. An den Plattenstoß. Der war zu früh. Der war zu früh. Der war zu früh. Ja, der schwere Ball macht es besser. Guck mal, wie präzise. Das ist für eine Wiederholgenauigkeit. Oh. Und Vorlauf. Oh, Ingo. Der ist gut. Also der Ball ist super für die Bahn. Ja. Aber leider Betonset, ne? Das ist ja egal. Wir sagen es auch jetzt nochmal. Das steht zwar auf den Starter-Sets. Ethanit Starter-Set. Beton Starter-Set. Das heißt aber nicht, dass ihr die Bälle nur auf Beton oder nur auf Ethanit-Anlagen spielen können. Wir haben die so zusammengestellt, dass im Ethanit Starter-Set sind halt Bälle, die häufig auf Ethanit-Spielbar sind, die ihr häufig auf verschiedenen Ethanit-Anlagen nutzen könnt. Genauso beim Beton Starter-Set. Aber es kann halt auch mal vorkommen, wie hier, dass wir einen Ball aus dem Beton-Set nehmen und der läuft ideal auf einer Ethanit-Bahn. Schon wieder? Also. 1A, oder? Ich meine, ich spiele die auch schön, ne? Das kommt ja zu. Hier? Ja, es ist, wie es ist. Damit du auch einen neuen Ball für die Bahn hier hast. Ganz oben, bitte. Eher hinter die Sacknaht als davor. Das war davor. Ah, warte mal ab, warte mal ab. Oh, macht er trotzdem. Naja. Dreck, ne? Spiel mal mehr hinten. War wieder vor der Sacknaht, aber der macht jetzt. Oh, schön. Schön. Der hat sie. Der hat sie. Wunderbarer Ball. Ja, der Winkel ist es. Ey, geil. Okay, okay. So. Wieso steht da 10 drauf? Ah, auch nicht schlecht. Das ist doch deine neue 18. Ich hole mir mal ein Edding. Mike 2018. Mike 2018? Ja. Mike? Sollen wir versuchen? Probier mal. Okay, von links, rechts vorbei. Rücklauf links oder rechts? Nein, links. Der war viel zu schnell. Sieht so aus, ja. Vor die Sacknaht war geplant? Ja. Fantastisch, oder? Fantastisch. Der ist Hammer hier. Den spiele ich selber. Ja? Ja. Vor die Sacknaht mit Gefühl? Eigentlich hier vor. Also vor den Strich. Ah, okay. Hinter die Sacknaht. Hast du gerade nicht? Echt nicht, ich weiß, wie früh. Du warst so früh. War auch gut, dass du so früh warst, weil sonst kommt der ja nicht raus. Ja, dann spiel nochmal früher. Spiel nochmal früher. Ich hab's jetzt nicht gesehen, ich kann's mir auch kaum vorstellen. Tempo. Super. Vorlauf oder links vorbei Rücklauf. Ja, das war Zentimeter vor die Sacknaht. Nochmal das Gefühl raushaben. Wieder kurz vor Sacknaht, siehst du, und dann macht der nämlich links vorbei und den Rücklauf. Okay. Ja, es ist... Reiner Temposchlag. Aber wenn man so gefühlvoll genug spielt, musst du spätestens Sacknaht, sonst kommst du ja gar nicht links vorbei. Hier, ich spiel nochmal mit demselben Tempo, mit demselben Punkt. Ich spiel hinter die Sacknaht. Vorlauf. Nee, auch Rücklauf. War kurz hinter Sacknaht. Aber reicht nicht. Seltsam. Wirklich seltsam, oder? Das ist verhext. So, wieder davor. Schön. Der macht auch wieder den Rücklauf. Zeig mir nochmal, wie das geht. Zeig's dir nochmal. Das war wieder kurz hinter. Und dann macht er schön den Vorlauf wieder. Okay, ich brauche auch noch... Ich brauche auch noch für das Gefühl ein, sonst... Aber ich vermisse trotzdem den Blitz. Welchen Blitz? Hatten wir jemals einen Blitz? Nee. Scheinbar nicht. Schon aus den Erinnerungen verschollen, ja? Ja. Traurig. Nein! Vorlauf? Reißer? Sauhund. Ich brauche noch einen Ast. Ich kann hier nicht aufhören ohne... Wunderbar. Den muss er jetzt aber. Ist breit. Ist zu feste. Weiter. Kannst du ruhig weiter spielen. Krass. Zu früh. Nee. Der war jetzt... Der muss doch. Der muss. Der muss. Der muss. Durchatmen. Ich habe schon Muskelkater von gestern von Badminton spielen. Meine Güte. Warum machst du sowas? Wir haben es geschafft. Da hast du das erste Mal deine Anlage in einem YouTube-Video. Sehr schön. Fazit von meinen Starter-Sets auf deiner Anlage? Die meisten Bälle gehen. Ein, zwei Ergänzungen und dann war es das. Ja, eigentlich brauchen wir ja nicht mal die krassen Ergänzungen. Wir haben an jeder Bahn einen Ball gehabt, der auch wirklich, wenn richtig gespielt, verlässlich läuft. Also die, die nicht reingingen, das lag ja mehr an unserem Unvermögen schrägstrich daran, dass das einfach keine einfache Eternet-Anlage ist. Auch das kommt dazu. In diesem Sinne, Freunde, checkt meine Starter-Sets aus. Code Sven für 10% nicht vergessen. Checkt auch HPN aus. Ja? Ich habe extra T-Shirt von meinem neuen Partner hier an. Mit Code Sven spart ihr da 5%. Gerade für die Osnabrücker hier aus der Nähe, die Allergieprobleme haben. Und deswegen hier so mitten im Wald vielleicht, ja, einfach mal Breathe ausprobieren, ja. Generell, Leute, die schnarchen, Kurzatmigkeit, irgendeinen chronischen Husten haben oder irgendwas, was mit der Lunge zu tun haben, wir dürfen keine Heilversprechen machen. Probiert es aus und berichtet mir, was passiert. Es ist verrückt. Also ich bin unfassbar allergieanfällig im Sommer. Weg, nichts mehr. Weg. Video liken nicht vergessen, Kommentare lassen, das liebe für Ingo da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, wer neu hier ist, sollte das ganz schnell tun. Hier kommen mindestens wöchentlich, ab jetzt sage ich mindestens wöchentlich, kommen hier neue Videos. In diesem Sinne, Freunde, haut da rein, aber haut da nicht so doll.